Warte, wir kommen zurück! Ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh, Dreadnoughts, okay. Er fährt hier drauf. Ich hoffe, dass ihr das nicht schafft, ja. So, das da ist natürlich noch ein Stückchen. Ja, bis der fertig ist. Dann kann ich das Ding da hinstellen, Geld sammeln. Und dann gleich noch ein neues bauen. Und dann gleich noch ein neues bauen. Ja. Panzer, eine Panzerfabrik. Wird gebaut. Präzisionsangriff bereit. Leute, ich wüsste nicht wozu, ja. Ich wüsste da nicht wozu. Ich hab, ich kann so nix machen eigentlich. Ziel wählen. Ich kann so nix machen. Sprich, ähm... Das ist vollgebracht. Sprich, ähm... Sag schon. Sprich, irgendwas in Land angreifen kann ich nicht. Ja, brauche ich nicht. Das ist ein Bereich, das auch nicht. Für was denn auch? Nur Geldverschwendung. Okay. Wird gebaut. Wird gebaut? Oh, ja. Ein Sammler wird angegriffen. Scheiße. Ja. Ja. Prospektor einsatzbereit. Unterbrochen. Abgebrochen. Wir haben einen Sammler verloren. Ja. Schön. Scheiße, Leute. Stuart weg. Flugzeugträger verlässt den Hafen. Schön. Zeitbombe bereit. Position wähl. Oh, jetzt kommen sie schon. Scheiße. Wenn die Teile noch nicht zerstört, bevor sie abgefeuert wird, dann ist sie natürlich... Ja, dann... ...biss sie auch zerstört. Kann man machen, ja? Ja. Okay. So. Oh, geil. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit seit allen... Gefäßtstation besetzen. Geschützlagen. Flugzeugträger verlässt den Hafen. Ein Kampfdrub ist unterwegs. Macht kurzen Prozess. Wir greifen an, Commander. Inspektionen abgeschlossen. Ob mal ein Flug läuft. Warten auf Befehle. Hauptgeschütze bereit? Er muss auf mich jetzt schießen, ja? Er muss auf mich schießen. Er muss, ja? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ein Volksfeind weniger. Das Schiff geht nicht unter, nicht unter meinem Befehl. Fliegt zum Sieg. Schicken Sie noch eine Welle. Noch ein Feind des Volkes. Zerstöre ein Wartestellung. Gleich wird ziemlich hektisch, Männer. Stechen wir in See, Männer. Stechen wir in See, Männer. Nächste Welle vorbereiten. Verstanden. Zerstöre ein Wartestellung. Zerstöre ein Spiel. Das Weltwirt ist. Zerstöre ein Wartestellung. Vielleicht, so. Wir haben sie ausgelöscht. Zerstöre ein Wartestellung. Wunderbar ist einer, wunderbar hast du was gemacht. Das ist doch wunderbar gemacht! Was mache ich denn jetzt so? Wir vergehen jeden Widerstand aus dem Weg! Das wäre nicht schlecht, ja? Soll ich etwas zerstören? Sentry hier, ich bin ganz ohr! Das schaffen sie denn, das schaffen sie denn! Präzisionsangriff bereit! Ich müsste was kaputt machen! Habe Sichtkontakt! Ziel wählen! Upgrade abgeschlossen! Neue Bauoption! Nein, jetzt machst du mein Ding! Ich brauche jetzt hier ein Ding hin, ja? Das ist nicht meine Leichweise! Soweit ich halt... Ja, ähm... ...bauen kann, ja? Wird natürlich beschossen! Eine Einheit wird angegriffen! Da werden es... Da werden es... Die werden abschlüssen, schätze ich mal, Leute! Schätze ich mal! Eine Einheit wird angegriffen! So... So geht's! So geht's! So geht's! So geht's! Soll ich mal ein Weissel dran nehmen, ja? So geht das! Bau abgeschlossen! So geht's! So geht's! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Wer will mit mir spielen? Leiterbombardierungen ein. Position wählen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Neue Bauoption. Was ist das? Ne, ein kleines Stück noch. Jetzt kann ich Tanja bauen. Was ich auch machen werde. Eine Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Das hat nicht gereicht. Wieso denn nicht? Ich würde bekommen auch noch Stärke der Einheit, Leute, ja? Also, sprich, Stärke der Zeitpumpen. Sie werden eliminiert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich weiß, ich weiß. Ich höre. Angriff. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, er schafft ja nicht, er könnte nach hinten bauen oder was. Soll ich etwas aus dem Wege räumen? Ich kümmere mich darum. Geladen und entsichert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Infiltrator geortet. Mist, die schießen auf uns! Tja, Jungs, jetzt wird's ernst. Präzisionsangriff bereit. Einheit verloren. Wunderbar, Leute. Wunderbar. An die Arbeit. Kein Problem. Minion-Boot? Die winzigen Torpedos der Mini-U-Boote der Yari-Klasse sind auf den Weltmeeren gefürchtet. Während sie unter Wasser nahezu unverwundbar sind, müssen sie zum Feuern auftauchen. Aktivieren Sie Ihre Spezialfähigkeit, rammen Sie Ihr Ziel, um es zu versenken. Mh, das wird beginnen. Wird gebaut. Habe ich haben verloren, hä? Komm an, da. Wir haben Tanja verloren. Wir haben Tanja verloren. Scheiße. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Das ist ein Ziel, mein Freund. Javelin 112. Heiliger. Räumt die Decks. Javelin einsatzbereit. Javelin. Auf sieh! Javelin einsatzbereit. Und los! Yo! Auf sieh! Herrgott, noch mal ein bisschen Scheiße. Javelin, die Zeit ist vorbei, aber wir machen. Was machen wir jetzt noch? Was machen wir jetzt noch? Javelin einsatzbereit. So, jetzt noch die Zeitbohrme setzen. Wo tun wir die denn hin? Ja, hier natürlich. Position wähl. Bau abgeschlossen. Wo müssen wir nicht hingehen, ja? So, das war's für das Geschütz. Das war's für das Geschütz. Okay, 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 okay. Ah, ich wollte... Unser Verbündeter wird angegriffen. Was macht der auch hier? Ich verstehe das nicht. Heute, wie wir enden hier. Ja? Bis zum nächsten Mal. Und ich weiß, dann müssen wir hier mal kommentieren. Teil mit mich. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.